Hoi, was geht ab Leute, Hong hier. Auf der Weg zum FT LLDS. Heute kein Samstagsklokals. Schauen wir mal was abgeht. Ihr habt es heute gesehen. Heute kam das Video raus von Chong's Turnier. Schaut es nochmal rein, war echt cool. Angeblich war es ein Comeback, aber direkt für heute wieder abgesagt. Also war wohl nichts mit Comeback. Die Line-Den haben uns auch schon wieder enttäuscht zum zweiten Mal. Wollten kommen, sind wieder nicht da. Nico ist verschollen, keine Ahnung ob er da ist oder nicht. Ich weiß, Chong ist da. Schauen wir mal was abgeht. Und mehr hat unser neuer Freund. Also Absturz 2.0. Hey, was geht ab? Nix, was geht bei dir? Ich dachte du bist heute der Trader. Ich? Ja? Ja, ja. Was ist denn los? Heute kommt leider Careyum nicht. Ist schon ziemlich traurig. Aber mein. Wir haben hier einen altbekannten Trader. Echt jetzt? War ja auch Trader. Ja, aber hey. Er ist ein Türke. Er war ein Traktor. Der hier war auch mal Trader angeblich. Er war auch mal Trader, aber das war eine alte Zeit. Sehr alte Zeit. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Du hast uns zu viel Aufwand. Oh mein Gott, ein Augsburger. Zu viel Aufwand und zu viel. Ich hab keine Ahnung. Aber mein. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Sonst niemanden. Nein, Mann. Endstot? Ja, 20 Leute da. Für LSDS München. FD. Geil. 12 Mal Schuss. Alter, der. Hey, Chong. Ich hab dich gestern zur Rede gestellt. Ich hab dich gestern zur Rede gestellt. Ernstgespräch. Wo warst du Sonntag bei Chong's Turnier, Mann? Oh, shit. Was geht ab? Ernstgespräch, Mert. Ernstgespräch? Wo warst du Sonntag bei Chong's Turnier, Mann? Wir haben dich erwartet. Alter, was geht ab, Leitung hier? Ich bin Bargisch, aka Givi-Kollega. Wir sind hier gerade auf Chong's Turnier. Echt coole Stürmung. Echt alles tipptopp. Krasses Turnier, wie immer von Chong, oder? Echt geil, ohne Witz. Aber wir vermissen ein paar Leute, die haben uns echt enttäuscht. Mert hat auch gesagt, endlich macht er bei Chong's Turnier. Mert enttäuscht uns eigentlich nie. Aber er hat uns alles ganz enttäuscht. Oh mein Gott. Seht ihr wie mein Kopf rotiert? Ich war leider verhindert. Ich war leider verhindert. Ernstes Gespräch. Echt traurig. Wir haben dich echt vermisst. Das Problem war... Pass auf. Das Problem war... Ich hatte leider keine Deckung. Einfach so kommen wollen... Kommen wollte ich nicht. Ich weiß, ihr seid alle sehr, sehr traurig. Du, Chong, alle. Ich hab Tränen gesehen. Kann das sein? Alter, mieser. Ich sollte da sein. Das müsste er was sagen. Das war der Konstanz. Sehr wichtig. Wo warst du am Sonntag? Oh mein Gott. Wo ist Helol? Helol, wo bist du, Mann? Helol, wirklich Spieler. Wir hätten FIFA zocken können. Letztes Turnier, er hat sein Deck vergessen. Dieses Mal wollte er aufpacken. Helol. Echt? Ja, Mann. Helol, du hast mich echt enttäuscht. Da war eine Sache, eine private Sache. Die kann ich jetzt nicht laut sagen. Aber da musste ich was erledigen. Du hast uns enttäuscht. Keine Chance, Mann. Ich konnte nicht kommen. Er hat mich echt vermisst. Ja, ich wollte auch gerne dabei sein, aber keine Chance, Mann. Da ging's nicht. Es war was familiäres. Das war sehr wichtig. Das konnte ich nicht verschieben. Okay, das ist verständlich. Ihr seid verziehen. Okay. Freut mich. Was siehst du wenigstens heute dafür? Schauen wir mal. Ich habe das erste Game echt hart verloren, weil der Gegner an Solzach getopptakt hat. Er hatte nichts mehr, gar nichts. Null. Dann verloren Solzach. Dann kam ich nicht mehr drüber. Im Time. Dann war das Draw. Erstes Game. Okay. Das erste Game habe ich gewonnen. Jetzt schauen wir mal. Also hast du Game 1 gewonnen? Game 1, Draw. Und die zweite Runde gewonnen. Okay, okay. Also ist noch alles drin. Wir haben hier den Afghanen. Der kriegt seinen Rematch. Ihr habt das erstes Mal gesehen. Das hab ich mir nochmal angeschaut. Sein Gegner hat sein Quasarfeld zerstört. Der Afghane konnte nur leiden. Aber diesmal hat er eine andere Black Ring vorgehabt. Wir werden sehen, ob die nichts mehr effektiver ist. Der ist auch in Ordnung. Und der ist auch in Ordnung. Mein drğlu ist auch in Ordnung. Der ist jetzt bei Ordnung. Also, der ist ein Aufmerksamkeit. Das ist es nicht möglich. Das ist es, mit der Ordnung. Ja! Perfekt! Der hat da einmal alles. Wir haben hier Minus Müller gegen UNO, er hat endlich mal ein neues Deck, läuft Cosmo nicht mehr. Obwohl ich hab's versucht, mit Falking geht's noch. Man kann spielen mit dreimal Ports und mit Falking geht's noch. Er spielt jetzt so wie jeder Augsburger, mein Gespekte. Klar, vom Meister gelernt. Da schaut die Matte an. Ja, ich kann die, warte schön. Für Tati. Shoutout an Tati. Was geht's ab, Mann? Gar nichts, Mann. Gar nichts. Alter, der ist echt traurig hier. Ich bin tot heute, ohne Witz. Irgendwie schon. Ich bin schon ziemlich enttäuscht. Ich auch. Ich mein, schau mal, ist echt nichts los. Ich mein, gestern war gar nicht mehr los. Irgendwie schon. Sag mal ehrlich, obwohl Freitag ist. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing. Hier, Hudi auch leer. Hier, Leute. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht. die letzten Spielen passieren können. Das war halt passiert. Du hast schon wieder gegen Kaiju verloren. Was ist da los? Ich weiß auch nicht, was gegen Kaiju ist. Aber es war nicht gegen Kaiju, weil ich verloren habe. Ich bin in Storming reingeholt. Ich greife nur drei Syncros an. Ich dachte eher, ich laufe so in Quaking rein. Weißt du, er hatte noch einen Monster. Ich wollte einen Angriff abbrechen, nachdem er seinen Monster überland hat. Aber er hat so Storming in mein Gesicht. Tot. Schon wieder? Lass die bisher. Dooflos-Fähigkeit. Beste Karte gegen Kaiju. Wieso? Erst in deiner Runde annuliere ich seinen Monster. Wer macht immer irgendeinen Monster-Effekt? Ja. Und dann in meiner Runde annuliere ich seinen Dings. Deine Drache. Alternative oder Meister-Zunko. Der Spirit? Ja. Das sind ja keine Kosten weglegen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube nicht. Weiß ich echt nicht mehr. Ey, du kennst doch Blu-Reis, oder? Das ist ein schwachster Mann. Das ist ein böses Kosten. Das ist ein böses Kosten. Oh mein Gott. Ne, ich glaube nicht. Wer ist der da? Das ist der 8er. Neuner Syncros. Der da? Ja, ja, ja. Also ich würde dann gerne mitrechnen, wie ich will dann nicht am besten. Nein, ich glaube nicht. Wenn doch, wäre es echt normal. Aber egal, wie es trotzdem gut gegen Kaiju ist. Ey, war eingezogen. Du warst so, hey, was meinst du? Du meinst eine Tribut, ne? Das ist ein Kosten. Ne, dass er es nicht wegtut, sondern... Ja, das ist ein Tribut. Das ist ein Kosten. Ja, das ist ein Kosten. Oh mein Gott. Ja, ich mach es halt direkt. Zackkarte, Vögel-Schlank. Und dann kann er es antönen. Ja, aber das ist trotzdem gut. Weil er muss auf irgendeinen... Er kann ja nicht auf mein... Zum Beispiel, ich spiele ein Zyklkromonster. Weil so ein Schwester ist einfach eine Reaktion weniger. Und er reagiert halt darauf, weißt? Und holt dann diesen Black Crew zum Beispiel. Und so mach ich direkt Black Crew-Skill. Ich denke, Black Crew-Skill geht, glaube ich, in Grave mit. Soweit ich weiß. Ich denke schon. Doch, doch, der geht in Grave mit. Hey Junge, wenn du es schon weißt, wieso fragst du dann? Der geht in Grave mit. Der geht in Grave mit. Der geht in Grave mit. Und dann kann ich halt meine Fakten machen, weißt? Und er hat seinen Swirl schon gemacht. Genau. Genau, genau. Oder du machst einfach auf das, was kommt. Das geht natürlich auch. Ja. Oh mein Gott. Wir haben gerade über... Weißt du, ist Prag geredet? Was ernst? Bist du dabei? Prag? Natürlich, Mann. Afghan ist sicher mit dabei? Teil 2, Alter, Mann. Teil 2, Mann. Teil 1 war nicht so hart, Mann. Teil 2 geht doch krasser ab, Mann. Wir fühlen richtig jetzt aus. Schauen wir mal. Steht's ja was für mich? Scheißer Flügel, dann gehen wir durch. Prag, Mann, Prag, Mann. Wie spiel ich? Bist du mit dort? Ich bin ja jetzt von vorhin erst gekommnen. 1, 2, 2. Hast du das, was du imselst magst? Welches Game du? 6, 6, 6, 6, 2. Main Phase 2 bis 4. Tod, oder? Ja, ja. Durch den Tod. Wie nicht. Go-Foi, oder Go-Foi. Das ist alles. Das ist keine Battlefield, Mann. Das war nicht in Katta-Dirbel. Ich hab zweite Dumpel. Tode-Foi. Der kommt mit. Geh, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Oh mein Gott, Mann. Das ist anders geworden. Oh mein Gott. Kackst du ab, Nico? Schau mal, Mann. Direkt droppen, Mann. Warst du einfach vom Spielzug, oder? So oft wie er will, Mann. 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 Okay, Mann. Ja, deswegen komme ich wieder ins Timeout, Mann. Die Leute spitzig mal, Mann. Der Runde dauert schon so 10 Jahre, Mann. Auf keine Frage, jetzt ist mein Timeout. Wann reden wir eigentlich wieder in Videos, Mann? Ja, gute Frage. Aber ich glaube heute nicht mehr. Geh gleich. Ja, du weißt ja, ist ein Kuchen, Mann. Der kann nicht mehr rüber aus. Der kann nicht mehr rüber aus. Was macht er da? Der ist zweiter Platz. Der sagt, dass du zweiter Platz bist. Ja, ich glaube nicht. Bist du echt zweiter Platz? Schau, bist du echt zweiter Platz? Nein. Aber wenn du zweiter bist, dann machen wir echt den Koffer. Wenn nicht, dann tschüss. Schau, so zweiter Platz. So Top 8, Finale. So alle denken so. Da kommt raus irgendwie so. 20 Leute hat so drei irgendwie gespielt. Geheimnis. Pssch, das muss gecutt werden. Ja. So lange da das Second Play steht, ist egal. So lange da das Second Play steht, ist egal. So lange da Clicks gibt, ist scheißegal. Second Play ist Oktoberfest-Tornier, Mann. Der verliert noch ein bisschen mehr Massex. Nein. Massexen schmeißt die hier auch schon. Gehen wir raus, wo man schon vorbei ist. Für den zweiten Platz, Mann. Wie was wird denn das, Mann? Spiel mal ein bisschen schneller? Ja, wir können uns los jetzt, Mann. Hier, ey. Dropp dich mal, ey. Das ist dann bloß, ey. Schwer, Nikos, der Meister des Times, Mann. Ich bräuchte echt jetzt mal zum Kaiju, Mann. Drei-Germas-Sieff. Oh, Kaiju wäre jetzt echt saftig. Kaiju. Oh, mein Gott, Kaiju ist tot. Kaiju. Kaiju ist tot. Trägt Dampf? Ja, ja, ja. Ja, finde ich, ist ein schönes Gefühl. Ja. Es ist Zeit für dein erstes Gespräch, Nikos. Ich habe schon eins mit dem Afghan geführt. Wieso? Wo warst du bei Jungs Turnier? Und dann natürlich Niko. Okay, Niko war tot von Wiesen, Mann. Ey, Niko, in welcher Firma bist du? Echt unlogisch. Du kriegst Auto, kannst du viel fahren. Du kannst auf der Wiesen so viel bestellen, wie du willst. Er kann parken, wo er will. Er kann parken, wo er will. Richtig krass, serbische Firma. Wiesen, Mann. Zu hart, Mann, oder? Wer habt ihr es gehört, Fans? Die Fans haben dich vermisst. Ich dachte sicher, dass du Top 8 kommst. Ich weiß nicht. Stattdessen musst du Bargis Top 8 kommen. Die 8 hat eine 6.5. Ich weiß nicht, du kannst mich nicht mehr auszuhören. Die 8 hatte 6.5. Und ich weiß nicht. Das hat mich nicht mehr auszuhören. Ich weiß nicht. Sie haben nicht mehr auszuhören. Ich weiß nicht, dass ich den 25. Ich weiß nicht mehr auszuhören. Oh mein Gott, Mann! Oh mein Gott, Mann! Oh mein Gott, ich hab B2, Mann! Einmal, jedes Mal! Okay, Schuss auf Kampel, Alter! Das war hart, Mann! Bist du dir da sicher, Mann? Ja, steht noch drin, wenn du ja Spitz angesprochen hast! Sind noch B geschlagen, Mann! Die Zeitbauer wurde gestoppt! Okay, Mann! Die Zeitbauer wurde gestoppt! Du heisst, Mann! Hier, hier, kommt er nicht zurück! Ja, tot! Du musst ihn nicht reingreifen, ich bin tot! Ja, du bist doch, Alter! Okay, Mann, das war verdienter Sieg, würde ich sagen! Er war sich entsicher, Mann! Aber da hab ich mich zerstört, Mann! Plötzlich, ich könnte die 20 gefickten! Er war sich entsicher, Mann! Aber ich hab mich trotzdem zerstört, Mann! Das war schon krasses Duell, Mann! Ey, lass doch nicht täuschen! Das war, dass du solltest, Mann! Echt traurig, Afghanistan! Ich hab dich heute... Ich hab drei Niederlagen heute von dir gefilmt, Mann! Was ist da los? Nein, mein Deck ist euch gut, Mann! Ich sag dir... Hab man ja gesehen, jedes Mal verloren, Mann! Das waren alles so... Kannst du einen christlichen Weg draufspielen, Mann! Einzelne Karten! Du kriegst doch eh keine Preise, Mann! Ich kriegst doch eh keine Preise, Mann! Ich kriegst doch eh keine Preise, Mann! Ich kriegst doch eh keine Preise, Mann! Krass, Mann! Echt traurig, Mann! Oh, geil! Ja! Komm! Ersteck! Er hat die letzte Mal eigentlich gespielt! Du meinst! Du meinst! Du meinst! Bleibst du hier! Machst du mal! Ach doch, die afranischen Sachen auch! Ja, okay! Ja, Mann! Wir sehen uns! Wir sehen uns, Viko! TBC, Mann! Wieder ein Video! Wieder nichts gedreht! Doch, doch! Ein paar Videos! Wir haben einen Vlog, Mann! Was glaubst du, Mann? Nichts hast du gedreht! Wir leben nur noch vom Vlog, Mann! Irgendwie schon! Okay, Mann! Der Vlog hält uns am Leben, Mann! Egal, Mann! Weißt du, das Forum? Ja, okay! Bis dahin, Jungs! Ciao! Er hat mich enttäuscht! Da hast du Streich! Er sagt so, ich werde sicher 2. Kommt Deck-Profile! Was passiert? Er ist so 4. geworden! Servus, Jungs! Ich hoffe, das Video hat euch gefallen! Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren! Checkt unsere Facebook-Seite ab! Checkt unsere Sponsoren ab! Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Series Business!